Hallo und Willkommen zu Bader & Elvampo on Air. Ich bin der Bader. Ich bin der Elvampo und wir zeigen euch heute anlässlich der aktuellen Kino Erscheinung. Von Star Wars. Ein kleines Special Battlefront. Grüßen dabei Andoy noch Charlie Alfa Tango. Hoffen wir genießt diesen Clip. Und ich hoffe erholt sich's auch. Dann habe ich wieder einmal mit mir mitspielt. Richtig. Richtig. Natürlich spielt er auch Wookiee Bro oder Scarplay Productions. Spielen diese Spiele auch? Ich bin mehr so der Evo-Foot. Was heißt Evo-Foot? Ja, mehr Call of Duty mehr so. Du kennst mich ja ne. Ja, passt. Gründer de François! Popula! Also eine musst du schon schmeißen. Ich hab' mitgenommen. Ja. Und du hast noch einen Finger damit gekillt. Ich hab' mitgenommen. Ja. Und du hast noch einen Finger damit gekillt. 對. Ja. Okay, ich hab' mitgenommen. Ich hab' mitgenommen. Ja. Ich hab' mitgenommen. Ich hab' mitgenommen. die für alle die die bisschen ähnlich die Herrschaften muss man einen Punkt erobern das Ziel ist halt ein Punkt okay dann wechseln wir jetzt auch wieder Zum einen der Sniper. Zack und das Ding ist gleich im Arsch. Denn der hat ja fast keine Leben mehr gehabt. Mitwartet der Kampfläufer. Die Schweine hier. So und heute Abend... Wir haben heute Abend noch eine Überraschung für euch. Wir werden ein Easter-Act in Call of Duty Zombie Modus präsentieren. Ja. Was genau davon verraten wir jetzt noch nicht. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Mitspieler haben werden. Auch ich werde dabei sein. Allerdings von zu Hause aus. Also kann ich nicht versprechen, dass man mich hört. Deswegen wird... Die Moderation wahrscheinlich beide überlassen werden. Aber Easter-Zombies und von dem her... Ja... Nicht so schlimm. Ich bin aber schön im Lauf mitgenommen. Oh ja. Den auch. Der war schön, oder? Guter Schuss, kleiner. Gleich drauf. Hey, kassiert. So schön kann der Peter mit einer Sniper umgehen. Oh yes. Ein bisschen Sniper, ein bisschen. Oh! Ja, das kann passieren. Der AT-ST. Ja, der hat jetzt gesagt, ich bin Chef. Dem hat es nicht passt, dass du Autrophie gekriegt hast. Kuckuck! Ja, da passt es wenigstens. Ja, Chewbacca geht jämmerlich zugrunde. Er hat es natürlich auch im Kino nicht unterlassen können. Nein, im Kino habe ich es auch gemacht. Jedes Mal, wenn ich Chewbacca gesehen habe. Ja. Ja. Aber ich denke nicht einmal, dass die Leute irgendwie was Dummes gedacht haben, sondern wahrscheinlich haben die gleich... Was für ein krasser Kerl. Ja, groß, dass du Chewbacca-Fan bist. Ich meine, wer mag Chewbacca nicht? Also... Gute Frage für die Kommentare. Ich meine, gut, aber jeder mag Chewbacca. Chewbacca ist einfach klasse. Ja, Chewbacca ist der Beste. Da brauchen wir nicht kaum mehr diskutieren. Hä? So, mein Kollege hat schnell das Leben gerettet da hinten. Er hat Urbi abgelaufen. Er hat Urbi, er hat Urbi. Wo denn, Sau? Hehehe, Headshot! Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Huhuhuhu! Ich sehe ja bloß die Blaster fliegen. Nein! Auuuuh! Mit der T21B kommt zu uns was vorbei. Ja. Ich nehme mal die Trophäe jetzt gerade mal cool. Einfach von der Luft weg. Sniper! Und dann... Trophäe! Mhm. Und einen Sniper-Job braucht man immer im Team. Schau ich mal weg die Sniper. Ich meine, das Gegner war gerade weg. Ich will ja die Munition, die wir sonst verballern. Nein! Ehehe! Hey! Pass du auf mit deiner Sniper-Runden! Jetzt kriegst du Granaten zum Frühstück! Umulayarakuuu! Ich kann mal ein bisschen in Distanzschordner zufüllen. Jawohl. Die müssen gleich wieder wegrennen. Wow, 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 wow! Ja, gut, gut! Geht, machst du weiter! Bis tot! Kopfschutz! Das ist ein Dönstuhl! Habe ich nicht das Ding? Ich muss doch Fahrzeug schauen, oder? Ja! So kriegen Fahrzeuge mehr Schaden, wenn ich das einsetze. Jawohl. Mit der AT-ST hält ein bisschen was aus. Ja, aber ich merke das schon. Ja, dann muss er gleich zu mir rüber. Ja, da Bumblei MIA! Ah! AAH! Selbstverlassen, Alter! Rrrrrrr! Aaaaah! Bei dem Rauch im Mund geht das schlecht. Ja, das stimmt schon, aber wenn man eigentlich gesagt, dass gehört zu einer Zaun, weißt du schon... ial. Ja, hier muss man das bringen. Ja, hier passt halt richtig gut. Wir können ja folgendes machen, das passt hier dazu, hier machen wir den Original Chewbacca und im Call of Duty dieses Sterbende Reh. Weißt wie ich mein? Sterbende Reh? Weißt wie ich mein? Der Klobber. Elendere Schattenlinge. Das habe ich meinen Kollegen anschauen. Nein! Es ist Sonntag, wir haben wunderschönes Wetter draußen, Leute. Deswegen zocken wir ja auch. Was will man da draußen? Hey, wir waren schon an der Tanken im Energy Drink. Wir waren fleißig heute. Ja, sodass wir nie das Haus verlassen. Bist du Tanken wieder zurück? Oh fuck. Aber die andere war echt mit Schlampe. Du musst mal deine Nummer besorgen bestehst. Mich? Weiß ich nicht. Dann hätt ich mal ein bisschen heiß. Ich auch nicht. Ach so, na gut. Au! 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 Penis! Ja, wir hoffen, das gefällt ein Charlie-Alpha-Tango. Vielleicht überlegt er sich's und holt sich's. Eben. Cool wär's. So wie machen wir diesen Clip? Nicht mit Umgriff? Also... Nicht nur, aber... Auch. Auch. Elender Sniperjock da oben. Ja, freilich. T21. Dann wird einmal Visier drauf. Der Penand killt mich so. Da zieht doch 84. Jetzt warten wir mal. Das ist der Mr. Moosby. Ja, verstanden. Ja, 14-10 hab ich gespielt. Das geht auch noch. Das ist in Ordnung. Irgendwann negativ. Wir hoffen, euch hat dieser Clip gefallen. Wie gesagt, später gibt's noch einen. Und zwar Bio-3-Zombies. Mal wieder zu abwärts wegen was Neues. Ähm... Ja... Hör... Level ab. Endlich. Ja... Und... Was sollen wir noch sagen? War eigentlich nix mehr jetzt. Ausandrübser. Das darf nicht fehlen. Und dann würde ich sagen. Verabschieden wir uns hiermit. Von Beto und Elwampo. Oh ne. Ja... 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 Vielen Dank.